Herzlich Willkommen im Amartix Support Center. Danke, dass Sie sich für ein Produkt von Amartix entschieden haben. In dieser Videoanleitung zeigen wir Ihnen die Funktionen der QuickLock Bedieneinheit mit Biometrie. Ihre Bedieneinheit verfügt über verschiedene Funktionen. Die Taste, die Sie hier sehen, aktiviert Ihre Bedieneinheit durch Drücken. Die Taste dient außerdem zum Aktivieren verschiedener administrativer Funktionen, zum Beispiel Anlernen zusätzlicher Benutzerfinger. Der Scanner dient dazu, Ihre biometrischen Eingaben einzulesen. Dabei wird unterschieden in Administratorfinger und Benutzerfinger. Sie können zwei Administratorfinger und maximal acht Benutzerfinger anlernen. Vielen Dank für den Besuch im Amartix Support Center. Wir hoffen, diese Videoanleitung war Ihnen eine Hilfe.